Wir haben ja letztens schon Minecraft als Warden durchgespielt, doch heute machen wir ein bisschen was anderes. Und zwar werden heute 100 Spieler gegen den Warden, also mich, kämpfen. Wir haben wieder diese Mod installiert, wo ich der Warden werden kann. Am Ende machen wir auch noch einen Warden gegen Warden Battle, das wird ultra dumm. Das heißt, falls ihr das nicht verpassen wollt, guckt das Video unbedingt bis zum Ende. Lasst auf jeden Fall auch unbedingt ein Abo auf diesen Kanal da, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Liked auch sehr gerne das Video, das wird mich unheimlich supporten. Schreibt auch gerne eure Meinung zum Warden in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Okay, Chat, 100 Spieler gegen den Warden, dann würde ich sagen, es geht los. 100 Spieler gegen den Warden, yeah. Und ich werde euch so ins Gesicht hauen, denn ich bin so OP. Aber ich könnte auch einfach den Chris wegmachen und mich wieder normal, dann wieder ran und raus. Aber ich lasse ihn. Okay, da vorne kommen die, oh oh, 100 Spieler gegen den Warden, yeah. Junge, eigentlich müsste ich so spielen. Guck mal, wie ich aussehe. So, ich bringe es direkt. Ich hätte Retalk-Angst ein bisschen. Okay, es geht los, es geht los, erstmal Rückzug. Ich habe auch eine scheiß Hitbox, ne. Und by the way, ich habe hier sowas. Okay, das ist nicht geil, aber die Spitzhack ist geil, guck mal. Boom. Ich mache alles instant kaputt. Das wird funny. Da bin ich mal gespannt. Ich werde euch so weg-Bow-Spam und weg-Griefen. Ihr werdet es sehen. Ich mache jetzt einen Geheim-Move und jetzt stirbt jemand. Guckt ihr zu? Wait, wie viel Damage mache ich euch? Digger, ich gehe, oh mein Gott. Beep, immer noch zu schwach. Der Warden ist scheiße. Tot. Der Warden hat den ersten Spieler eliminiert. Hier steht immer AFK, der wird auch geholt. Junge, die sind tot. Okay, Warden ist doch OP. Alter, aber gegen 100 Spieler ist dann doch kritisch. Alter, rühre mal auf. Ich bin tot, actually. Ja, ich bin auch ein bisschen langsam, weil ich habe Jump-Boost und so. Digger, wie viele Pölster geflogen kommen. Ja, kritischer Hase, kritische Lage. Ich muss immer die Einzelnen auseinandernehmen. Ihn hier zum Beispiel. Digger, der war ja One-Hit. Nee, ey, gegen die Gruppe kann ich nicht fighten. Das wird nichts. Digger, ich habe ja viel zu eine beschissene Hitbox. Was? Schön. Der Warden nimmt euch, wo er langsam ist. Jetzt scheppert sie aber. Junge, und jetzt scheppert sie aber wirklich. Oh. Aber ich, guck mal, ich kann trotzdem noch sterben. Ach du Scheiße. Schön. Der Warden ist hier. Hallo? Wo bin ich hier? Okay, by the way, ich use den Warden-Block. Da kann man nach oben jumpen. Macht auch mal. Traut euch? Keiner traut. Ihr müsst den auch usen. Der ist Pipo-Happy. Oh, der Nächste, der Nächste, der Nächste. Bleib stehen. Der steht dann. Schön. So, jetzt seid ihr alle dran. Ihr seid jetzt alle dran. Ich habe keinen Bock mehr. Der Warden rastet aus. Aber der Warden ist auch ein bisschen unter Attack. Alter. Digger, ich finde, der Warden sollte in Minecraft umgeändert werden. Und der soll genauso sein wie ich. Ich kann euch nicht mal hitten. Weil ihr mir so einen komischen... Ich springe jetzt einfach nicht mehr. Ist das besser, wenn ich nicht springe? Oh mein Gott, weil ich die ganze Zeit springe und so einen komischen Jump-Boost habe. Ich darf nicht springen. Dann seid ihr alle tot. Actually. Oh mein Gott, ich habe die Geheimtaktik des Wardens rausgefunden. Nicht springen. Der Geist ist so dumm gerade. Wisst ihr, was das Lustige ist? Wenn der Warden rauskommt, würde es genauso aussehen. Wenn 100 Spieler auf den drauf rennen, genau so wie sie jetzt gerade, der Warden wird auch alle weghauen. Das ist das Lustige. Ich haue euch jetzt aufs Maul. Oh. Wir haben ein Problem. Damit komme ich ganz easy nach oben. Oh, gesniped. Aber ihr bekommt keinen Schaden. Das ist dumm. Ich spliefe euch jetzt. Ja, was macht ihr jetzt? Oh wait, jetzt bin ich tot. Doch nicht. Down. Okay, okay, okay. Ich spliefe euch wieder. Das ist, glaube ich, auch eine gute Strat. Dann kann ich euch nämlich hier unten killen. Oh mein Gott, das ist übergut. Oh wait, ich werde aber auch ein bisschen gespawn-trapped. Okay, bei euch kill ich alle. Meine Rüstung ist kaputt. Ich bin tot. Der Warden ist gefailt. Aber der Warden ist nicht gefailt, weil er der Warden war, dann weil Minecraft reingeschissen hat. Die nächste Runde beginnt. Ich bin actually jetzt der Warden. Ich war davor nur eine Probestufe des Warden. Jetzt bin ich actually der Warden, denn ich habe mehr Herzen. Ich habe besseres Equip. Ich habe sogar das Schwert und alles. Jetzt geht es richtig ab. Seid ihr ready? Ne, ich auch nicht. Okay, es geht los. Ihr baut sich irgendjemand nach oben. Ihr baut eine Sky Base. Wait, ich schieße euch einfach runter. Seid ihr dumm. Der Warden snipet euch. Der Warden trifft nix. Oh wait, by the way, was ich euch gar nicht gezeigt habe. Wenn ihr eine Schaufel habt, der kann ich euch nach oben schicken. Ich bin jetzt ultra OP, aber das finde ich gut. So, bleibt hier. Kommt dran jetzt. Oh, ihr seid alle. Do it. Moin. Oh, down. Jo, ihr könnt mir ja gar nichts. Hallo, ich bin der Warden. Einmal bitte stehen bleiben. Aber so ist nun mal der Warden. Und ich schicke euch jetzt alle nach oben. Denn der Warden ist einfach mal übertrieben OP. Der Warden muss aber auch mal einen goldenen Apfel essen zur Entspannung. Er kriegt ja Jampus, wenn ich euch schlage. Oh, das sah gar nicht gut aus. Der Warden wird halt, wenn der rauskommt, genauso sein. Ihr könnt einfach nichts gegen ihn machen. Boah, ihr Schildbrake sogar. Was seid ihr denn für Tryhards? Ich kann nicht mal aimen, weil ihr zu viele seid. Ich schlage einfach nur teilweise auch in die Luft. Okay, jetzt wollte ich es. Ich griefe euch. So, meine Damen und Herren. Alter, das Griefen ist so OP. Weil ihr kommt einfach nicht raus. Und hier, glaube ich, ist auch kein Ausweg für euch. Denn ich bin der Warden. Und hier ist mein Spezialgebiet in der Höhle. Yeah, ich bin der Warden. Ey, Jungs. Wie lange spielt ihr Minecraft? Ihr wisst nicht, dass die Enderperle... Damage mal. So, bleiben Sie mal kurz stehen hier. Guten Tag. Stehenbleiben. Da pöre ich nach. Der Warden ist sauer. Oh! Der Warden hat sich 360 no-scoped, Alter. Alter. Junge, die Leute sind teilweise im Warden. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Ich bin ultra stark. Der Warden ist gleich tot. Der Warden ist gleich tot. Bitte helft dem Warden und spendet. Meine Rüstung ist kaputt. Was? Hä? Die hat am Breaking 5 Millionen. Guck mal, der Warden... Guck mal, so sieht er aus wie ein Affe. Jetzt wird es ernst. Boah, in der Luft zerschnetzelt, Alter. Egal, der Warden überlebt es auch ohne Rüstung. Der Warden hat Spare-Rüstung. All good. Der Warden spezialisiert sich jetzt auf die kleineren Ziele wie ihn hier. Ich mag Pizza 1887. Keine Flucht möglich, mein Freundchen. Oh! Wir müssen die Leute finden, die ein bisschen abgelegen sind und alleine sind. So, hallo. Bleiben, bleiben. Hä? Was war das? Hallo? Cheat ich? Habe ich irgendeine Kraft oder so? Schön! Okay, der Warden equippt sich hier mal kurz. Down. Down! Alter, jetzt geht's ab. Es leben auch nicht mehr so viele. Ich glaube, der Warden schafft das. Ich bin einfach der Warden. Schön! Schön! Der Warden rastet aus. Der Warden geht ham. Der Warden braucht eine Spitzhacke. Der Warden grieft euch. Die Spitzhacke funktioniert nicht. Jetzt, Ende. Tod. Jetzt sterben alle. Ich sag's euch. Es sind nämlich nicht mehr so viele. Jetzt kann man die auch viel besser treffen. Oh, der Warden ist tot. Der Warden ist actually tot. Oh! Was ist das denn? Hä? Meine Spitzhacke macht einfach alles kaputt. Du wirst jetzt vom Warden 360'd. 360'd. Hallo? Das waren die letzten. Wie unepisch waren denn bitte die letzten beiden Kills? Also der letzte Kill war eher, wie er da aufgeklatscht ist. Der arme Digger. Aber der Warden hat's euch allen gezeigt. Dann verteilt euch alle. Verteilt euch alle und gleich geht's los. Ihr dürft diesen Crystal nicht aus dem Inventar droppen. Wenn ihr diesen Crystal aus dem Inventar droppt, habt ihr nichts mehr. Okay, Freunde. Es ist jetzt FFA. Jeder gegen jeden. Als Warden. Ist das dumm. Es geht los. Wir können euch jetzt gleich hitten. Und der letzte überlebende Warden ist der wahre OG Warden. Und wir haben keine Waffen, weil die Faust macht schon genug Damage. Also glaub mir mal. Eine Three-Hit oder so. Guck mal, wie viel Damage der macht. Tot! Okay, jetzt ist PvP an. Ihr könnt euch hitten. Und das Geile ist, man sieht den Name-Tag nicht. Das heißt, mich kann auch keiner targeten. So, ihr seid jetzt alle down. Der Warden. Er geht drauf. Boom! Ey, ich glaub, es ist sogar smart, einfach zu spammen. Oh mein Gott, ich kassiere so hardcore. Bam! Okay, jeder wird grad gejamst. Jeder wird grad gejamst. Oh, dahinten hat der Warden jemanden gekillt. Ich staub ihn ab. Oh! Schön! Okay, die Leute sterben hier alle. Die Leute sterben hier alle. Boah, der konnte gar nichts machen. Hab ich den zerfetzt. Ey, ihr Team. Das ist nicht erlaubt. Ich nehm beide. Erster down. Beide down. Junge, ich kill ja jeden. Der ist so tot. Der ist so tot. Was? Was? Wie viel überlebt der? Der stirbt so an Voll-Davage. Kann hier mal jemand clean hier? Down! Boom! Oh, die Warden hier hinten kloppen sich. Ich misch mich ein. Der wurde genockoutet. Und ich werde jetzt clean. Guck mal, wie ihr guckt. Guck mal, wie Angst er hat. Komm doch! Ich hatte Glück. Aber nur, weil ich gekrittelt habe am Ende. Wichtig. Okay, drei Leute leben noch. Drei andere Wardens. Wow! Macht-Demonstration. So, der letzte. Da hinten. Junge, stell dir mal vor, ihr lauft einfach durch eure Minecraft-Welt. Und auf einmal läuft so auf der Overworld so ein Warden. Guck mal, da sneakt er. So, jetzt gibt es ein Fight. Go, go, go. Nein. Er fickt mich. Nein. Ah! Ich habe so reingeschissen. Ist das schlecht. Mann, man hat so eine komische Vierer-Hitbox. Oh mein Gott. Ich habe alle zerbumst und dann war ich PPL am Ende. Ey, aber es hat Bock gemacht. Es war actually eine lustige Chat. Es war actually eine lustige Chat. Es hat Bock gemacht. Es war eigentlich eine lustige Chat.